Fertig zu machen. So, bis die Schulklasse noch vorbei ist. Da müssen wir auch mal hier noch abmachen, vorsichtig. Und dann ziehen wir sie sozusagen nach unten. Ja, die Tafel ist sozusagen übergeben. Die WM ist natürlich schon ein wichtiger Anlass. Wir haben viele Gäste in der Stadt, dass also vor der WM diese Tafel hier, diese Informationstafel stehen sollte. Das war also schon ein erklärtes Ziel. Wir haben den Bunker gesehen. Da war nicht viel Boden drauf. Und da wurde er dann verbrannt. Da ging sie runter in den Führerbunker, kam niemand. Dort hat es in aller Ruhe, die Kinder vorbereitet zu sterben. Was ist bei mir passiert? Rücken an Rücken. Da hat er in den Medien auch gelesen, hätten wir einen Teppich. Was hättest du? Was kommt? Ach so, da ist es. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Aber ähm. Vielen Dank.